Hallo zusammen, hier Gameriden Und ich habe hier ein Spiel Es ist GTA Vice City Es ist eines der geilsten Spiele, die es gibt Für mich finde ich jetzt Und fangen wir mit dem Let's Play hier an Mit dem Part 1 Wenn ihr mehr Videos seht, dann abonniert Und drückt auf das Glocke, das wäre voll cool Auf Wiedersehen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war noch cool, weil eigentlich, wenn ich mal durchgespielt habe, also fast durchgespielt habe, habe ich einfach alle Kartzins übersprungen, weil mir das zu lange ist gegangen. Ja, 100 Steine verdient, super, das ist verdammt gut. Wir müssen das schnell machen. Ja, so, das war schon der erste Part. Ja, das war es. So, das war es. Ich hoffe, es hat gefallen. Da gebe ich doch einen Daumen hoch. Und wir sehen uns im nächsten Part oder in anderen Videos. Schau